so kommen zu der nächsten vierte bießt als wir jetzt schon folge mal wie immer noch alleine weil ich will sind aktuell oder warum pennen weil wenn ich auch wieder aufstehen wenn sie noch dieses vorhaben titel meinen eisenreserven das ist ich glaube diese testen man hat sehr viel eisen gezogen hat sie ja auch das ist so ein bisschen das du hast das stelle ist ein tipp zu tun das ist ja nicht so gut weil hier ist es ja eigentlich nur dass wir ja noch trösten teils da haben wir noch ein bisschen eisen aber da haben wir noch nicht mal alle tage nicht mehr viel ich weiß die sache läuft nicht ok ich glaube ich muss am ende folgen hier die turtle wieder losschicken oder weiß ich nicht, ich muss mit einer endertiste loskriegen ich muss eine endertiste kriegen hm, was ist das jetzt hier noch? Entschuldigung ich bin jetzt hier sozusagen um die turtle jetzt mal lassen wir mal den bearish das müssen wir da noch sein hier müssen die turtle hier dann landkriegen da sind die diamanten die turtle trägt diesmal auch eine diamantenspitzhöcke wir brauchen eine neue weil die turtle nicht mit alten arbeiten kann schon angesetzten so jetzt brauchen wir erstmal den computer habe ich noch da habe ich noch klasse jetzt schauen wir nochmal eine kiste dafür wieso wächst jetzt immer auf das holz dann raus damit da die computer da haben wir schon die turtle so jetzt noch die spitze daran haben wir jetzt die meine turtle so da haben wir sie ja schon mal und ich bräuchte noch eine endertiste in der kiste wieder mal warte hier da vorne da ist ja in der kiste obsidian eine schwarze wolle vier place hä woher hatte ich die letztes mal woher hatte ich die letztes mal ah daher ich will schon sagen eine enderperle habe ich noch hier ich will ob sie dir an hab ich n hm hm ok wir müssen zusammenpacken die bleibt hier das kann v oder kann auch hier bleiben der shout-of-minion kann hier bleiben das nehme mit das brauche ich auch der stein kann auch hier bleiben ich nehme trommels damit das für den stil wird auch benötigt schaufeln werden hier nicht benötigt die das nehme ich mit den eimer durch die rumhänge die musik wird spannend okay applizieren ja das portal dann doch dahin jetzt hab ich die billette so dahin platziert also ich brauche noch ein neueres hier hab ich dafür noch nie mit oh scheiße ja bist du da? ich hab dein Mimum gestorben Das ist jetzt die Notrosse, wir wissen, ob es sich die Tertel in Gang kriegen. So, machen wir mal die Hose. Ich will mit einem neuen Reston da rein. Ich bin der Osternehmer da gleich zerfällt. Die kann ich hier noch anziehen, aber da näht er. Dieser kann ich Eisen, so, lasse ich hier. Die lasse ich hier. Den Rest, dann wird. Oh, sieht man das noch nicht. Ich weiß, dass wir KPM2 haben. Doch es ist so, als würde ich, als würden wir vielleicht sozusagen die Sachen verlieren. Na dann. So, ist hier die Ninita. Das erste Mal im Let's Play. Geht in die Ninita. Und das haben wir, wie ein Prima Neto hier. Wenn wir das zu sehen von abgepunkter Lava. Okay, wir haben das Portal ist relativ safe. Grip out. Ich platziere meine Trombo. Wir haben Closedown. Wir haben alles, was sie brauchen. Nicht. Wir haben zwar Closedown, aber wir brauchen was anderes. Wir brauchen Places. Oder wir brauchen eine Metafestung. Die ich nicht sehe. Verdammt. Verdammt. Oh nein. Wir haben hier Closedown. Hängt hier schon? Wie soll ich das wieder finden? Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Ich habe mich dir nicht hingewiesen. Ich hab mich nicht rumfunken. Okay. Okay sehr weit weg von abgepumpten gebieten sieht man aber man sieht der nieder ist klein das sehe ich wohl noch Ich bin hier unten. Hör mal, da hinten ist ein Portal. Hier auch mal ein Festabell. So. So. Ah, Fount. So. Missed it. Wait wait. YOLO! That's it. OK. That's it. That's it. da sieht man das problem was wir hier schon mehrmals hatten die anita hat sich ein paar mal auch wie zettet wir hatten das ja schon in der ohrwelt er war doch hier poli ist er das denn hier lustig parat die da oben das könnte lustig werden so 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 Dann haben wir ein bisschen verpackt, diesen Rättern neuerlärten Nährte halt. Ist das halt so. Da hab ich heute noch. So, Roste einschalten. Haltet sich keine an diesen Positionen. Deswegen wollte ich eine neue Roste. Hier ist es ziemlich hell. Ich hätte doch mal einen Schaufeln mitnehmen sollen. So viel ist ja nett. Ich hoffe wir wären hier fündig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Man sieht die Däten, 9 Generationen minimal Die Däten sieht so sehr, dass die Schuss Na da, da von vorne Woher? Hör aufzfreien! Hör aufs Renn. Hallo? Warte um die! Warte um die! Warte um die! Warte um die! Das ist ein Spanner! Das ist nichts, Leute! ok das hat mir den slitter nicht immer noch so einen einzelnen den hat mir einen plessert adopt waren schon zwei ein plessert schürzen So, tschüss! Da ist wieder einer Da ist einer Ich will sie doch mitnehmen sollen Da ist einer Komm runter Komm rum Ja, komm rum Und ich fliege da hinten hin Der Plötter ist verloren Wir brauchen sicher einen Raum dafür Ja, wir brauchen Ja, wir brauchen Wir brauchen ein bisschen nah das war 4. Willst du nur 1x4 oder bleibst du näher hier? Die Taschenlinse sind sicher auch. Also, wie es wohl weitergeht, sind wir in der nächsten Folge. Geht ja jetzt mal absichtlich runter vom Server nicht, dass ich dann in der nächsten Aufnahme noch irgend'n bisschen sehr hart auf die Mütze schicke. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.